Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Er versucht es. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel auftreten. Den hat er klasse ins untere Eck versenkt, Buschi. Ja, und den wollte er genau dahin haben. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen.